hallo und seid gegrüßt zur fünften folge des minecraft let's plays und was ist denn nur mit der maus los ich habe es komischerweise immer noch nicht beheben können scheinbar aber kann mir das auch nicht ganz erklären warum das denn nun so ist wie es ist ich nehme an ja wir brauchen ein neues schwert wenn man schon einen eisenharnig ein neues schwert ist auch schon eine neue spitzhacke entschuldigung wir haben ja drei diamanten gefunden und ja die gehen natürlich auf eine spitzhacke drauf so frech bin ich so dann könnten wir mal noch eigentlich haben wir ja mittlerweile auch ja wir haben jetzt genug eisen um uns eine ordentliche rüstung zu bauen ich habe mir so gedacht jetzt nach diesen zwei aufnahmen king of the road ich hoffe zumindest dass das alles passt nicht dass ich irgendwas verkehrtes gesagt habe die erste folge kommt heute raus hier am freitag dem 24 24 genau in vier monaten ist weihnachten schon wer hätte es gedacht das hat mir halt so gedacht gut dann nimmst du jetzt mal ein bisschen wieder minecraft auf einfach ihr wisst ja man ist mal so da um auch mal ein bisschen so zu erzählen von allen möglichen dingen und da dachte ich machst du einfach und ja wie sehen könnte um links steht 112 2 ist immer noch so wie es ist denn es gab immer noch kein update zum heutigen bis zum heutigen tage selbst fort ist noch nicht hoch selbst fort ist noch nicht geupdatet worden ja und dass ich diesmal dass ich es diesmal nicht vergessen so wie es auch in king of the road vergessen habe möchte ich jetzt gleich das zitat bringen wenn ich es jetzt wieder finden würde oh gott ich habe das buch wieder diesmal vor mir ich habe das letztes mal vergessen wo ach ja genau hier ist es von friedel beutelrock viele meinen sie stünden über anderen wenn sie eine andere meinung haben also das thema war heute meinung passend dazu natürlich auch das thema meinungsfreiheit und so das was in vielen ländern der erde zwar gegeben wird aber auch in anderen ändern 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 nein kein ender mensch in anderen ländern der erde wird dies nicht gegeben da ist dies nicht im grundgesetz verankert sagen muss man so gut was ich sonst noch sagen wollte was ich leider bei king of the road vergessen habe jetzt ist die tatsache ihr habt es vielleicht über twitter verfolgt dass das mit der aufnahme von diesen nes spiel noch nicht so wirklich funktioniert hat ich würde sagen jetzt bin ich wieder auf zwölf schon das habe ich ja dann gemerkt okay alles gut und der stück noch auch immer noch hat sich auch noch nichts geändert ich weiß leider nicht woran es liegt ich kann also ich habe da so ein video grabber oder so nennt man das ja von magix ist das eigentlich um alte video kassetten digitalisieren zu können das hat auch gut funktioniert mit so einem alten video rekorder hast du da ganz normal den scott anschlüssen dann gibt es da einen scott adapter auf diese drei farben hier gelb weiß rot also video signal und links rechts stereo audio signal funktioniert alles gut funktioniert auch bei der wie habe ich so dann rausgefunden und dazu gab es auch ein programm aber das könnte ich auch mit meinem video programm machen mit meinem schnittprogramm gut das ist auch von magix welch ein zufall aber man könnte auch virtuell dub nehmen oder alles mögliche ich habe da schon ein paar programme ausprobiert aber das problem ist vermutlich da es ja bei der wie funktioniert heißt es eigentlich dass auch das ding jetzt nicht kaputt ist es hat ja früher mit den videos geknappt mit diesen alten vs kassetten aber ich vermute mal entweder erkennt das den alten codec nicht oder wie auch immer das alte bildformat oder das programm an sich oder die programme an sich kommen damit nicht zurecht weil ich kann da zwar einstellen dass es paal ist also europäisch nicht halt ntsc keine ahnung was halt amerikanisch ist weil die snes ist eine europäische das ist keine doch die nes keine amerikanische das ist zumindest bei der snes sieht man die unterschiede ja wirklich stark weiß gar nicht mal wieder bei der snes war ich nichts falsches sagen ich habe auch keine famicom oder so dass es dass es sowas ist also ich glaube famicom und snes sahen noch relativ ähnlich aus jetzt aber nichts falsches sagen gold ist ja cool und deswegen also sollte jemand von euch da ahnung davon haben ich würde mich sehr über ein kommentar fackel kaputt würde mich da sehr über einen kommentar freuen weil ich dann nicht weiter komme es hat mal wirklich ein bisschen erkannt also beziehungsweise es erkennt wenn ich das frisch reinstecke erkennt das kurzzeitig wirklich das videosignal so dabei ist es egal ob ich das vorher splitte also sowohl auf fernseher als auch auf rechner sehen will weil es wäre mir am liebsten dass ich auf dem fernseher spiele und dann halt auf dem rechner nimmt das auf in diesem moment sonst ist das bild einfach zu klein um da wirklich was zu erkennen oder ob ich das direkt wirklich pur anschließe und nur halt direkt auf dem rechner aufnehmen möchte es funktioniert bei beiden ich wirklich nur am anfang kurz nach dem reinstecken ja erkennt kurz ein bild den die musik spielt die ganze zeit also das ist kein problem aber halt das bild läuft nicht vorwärts ich kann da nichts aufnehmen das ist das was halt nicht funktioniert das ärgert mich halt so sehr weil ich möchte das auch nicht unbedingt emulieren natürlich emulatoren gibt es und die roms das ist eigentlich nicht legal die zu nutzen ich weiß ich weiß deswegen wenn ich die konsolen da wie soll ich das nicht so machen das ist ja auch viel angenehmer sage ich mal so zu spielen aber ich muss auch wieder andersrum dazu sagen gesetztes falls es klappt wirklich nicht und ich finde auch nirgendwo im internet mehr hilfe dazu habe ich auch schon solche usb controller gekauft also sprich die alten nes und snes controller nur halt mit usb anschließend computer die werden auch klar also zumindest nes controller wurden gut erkannt und das wird ja auch funktionieren dann emulator einen emulator nicht emulator einen emulator aufzunehmen aber ja mal sehen wir sehen was da die die zeit da noch so bringen wird da lasst euch mal überraschen da muss ich mich auch selber überraschen lassen so ist das nun mal silberfische ich wusste es doch ich habe jetzt überlegt warum baut sich dieser stein so lang nein das war noch ein silber fischstein ha 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 glück gehabt ja ansonsten mal sehen was ich jetzt ich weiß nicht ob ich jetzt noch ein video gleich aufnehmen ob es denn sims 4 wird das habe ich aber glaube ich doch schon erwähnt in king of the road in einer von den beiden folgen dass ich da erweiterung specs gekauft habe und zwar hunde und katzen und jahreszeiten aber mich da halt erstmal selber ein bisschen reinfinden muss wie das denn so alles dann das spiel ein bisschen verändert schon wieder redstone ist zwar ein bisschen nervig dieser rote stein aber ich glaube der wird uns irgendwann noch behilflich sein sollten wir irgendwann mal minecarts brauchen oder keine ahnung automatische weizen formen sollten wir wirklich so faul sein und irgendwann wirklich schleimartige wesen treffen und sticky pistons also klebrige kolben bauen können eisen ja immerhin ein bisschen das klang jetzt nach lava aber es ist keine lava doch ist das lava irgendwo in der nähe doch doch das klingt wie links von mir oder so ach die kohle lasse ich jetzt mal ich möchte ja unbedingt eigentlich noch diamanten finden in dieser folge aber scheint wie wie ein smaragd also zwei smaragde sind auch sehr viel wert zwei mal noch keine dorfbewohner aber ja jetzt ist die lava ein bisschen lauter das heißt von irgendwo wird gleich lava auf uns rein brechen ist das nicht cool naja und des weiteren mal sehen noch mehr eisen was ist denn hier los ja jetzt kommt hier wasser irgendwo des weiteren muss ich mal sehen ob ich denn nicht noch so ein paar also ich hab ich weiß ich habe in dieser einführungsfolge dann dieser vorstellungsfolge noch age of empires und so erwähnt das wird alles noch kommen aber ich kann ja auch nicht jeden tag eine folge hochladen aufnehmen das funktioniert einfach nicht es ist einfach leider nicht möglich deswegen zum hau ab zombies oh nein ich würde einfach mal den wasser geräuschen mit dem zombie geräusch was ist das okay cool was ist das okay cool cool die nächste schluchter wo ist der zombie er ist bestimmt hier dahinter oder ich kenne doch mein glück weil er fällt gleich von oben runter und tötet mich wobei ich habe ja ein bisschen rüstung aber es sollte auch langsam mal was essen ja also wie bereits gesagt Age of Empires und so wird auch alles noch irgendwann mal kommen aber vielleicht nehme ich auch ich weiß nicht Project IGI ob das jemand etwas sagt das habe ich auch in meiner Kindheit sehr gern gespielt auch immer richtig viel Spaß gemacht das sind eigentlich bloß im ersten Teil ich glaube 14 Missionen im zweiten sind es vielleicht mehr ein paar mehr die man dann mal spielen kann aber das ist auch das hat immer Spaß gemacht das ist jetzt nicht der Top-Shooter aber es fällt für mich auch schon in die Kategorie Retro zumindest der erste Teil der zweite ist ein bisschen moderner aber aber selbst den wird der gleich daneben Gold also das gefällt mir wirklich 1, 2, 3, 4, 5 5 Diamanten sehr schön also ich muss aufpassen dass ich hier dann irgendwann noch wieder hoch gehen kann das ist sehr viel Lava da hinten ist Gold und Eisen da hinten ist Gold und Eisen ach hier oben kommt die Zunge sicher her ja ja das ist verständlich ja hallo mein Freund und tschüss brauchst du allein hier bisschen Lappel noch ein Smaragd ja der Stuhl noch ein Smaragd das ist aber interessant ich habe das Eisen hier oben vergessen das darf nicht passieren ein Block Eisen er hätte uns irgendwann gefehlt und nochmal Redstone ich denke mal das Wasser brauchen wir hier nicht ok ok hier geht eine richtige ok Fluss mhm das sieht gut aus da ist nochmal Eisen Gold hier unten geht sicher noch weiter vielleicht noch mehr Eisen ja hier runter fallen möchte ich jetzt nicht aber das sieht doch nach schönen Rohstoffen aus und vor allem haben wir durch einen Einsatz von drei Diamanten bis jetzt fünf raus geholt und wir haben ja noch da oben links steht es ach das ist sehr schön wir haben ja noch 957 also mehr als die Hälfte an Haltbarkeit das sieht gut aus ich denke mal wenn die nächste Folge nochmal vielleicht eine Mine spielen wird vielleicht nehme ich auch jetzt gleich noch die nächste Folge auf Zeit wäre eigentlich und irgendwie habe ich gerade wieder richtig Lust auf Minecraft das ist halt so ich habe es ja schon mal erwähnt haha noch mehr Smaragde genial zumindest einen ich habe es ja schon mal erwähnt ich habe das lieber so dass ich das aufnehme worauf ich gerade Lust habe und dann kommt das halt einfach also natürlich fünf Folgen am Stück von irgendetwas ist langweilig das ist richtig das verstehe ich und das möchte ich auch nicht weil das ja wie bereits gesagt das ist langweilig aber mal zwei Folgen oder vielleicht mal drei Folgen am Stück von einem Spiel wenn man gerade sage ich mal wirklich so in einem Fluss ist mehr oder weniger dann kann man das schon mal machen und ja so geht es mir gerade mit Minecraft und ich möchte nein die Kohle möchte ich jetzt gerade mal nicht abbauen geht es da oben weiter ne da oben kann man doch bestimmt weiter gehen aber das bin ich gerade auch zu voll das rauszufinden irgendwie naja habe ich es nicht gesagt hätten wir jetzt Wasser dabei weil wir sind sicher Diamanten drunter oder es ist auch bloß ein Wirklaube von mir dass bei solchen kleinen Lavaseen ein paar seltene Erze versteckt sind aber die Erfahrung sagt manchmal stimmt das halt wirklich aber auch leider nicht immer so ok ach ja gut ich meine hätte ich Wasser mit dabei gehabt wäre das alles obsidi ok jetzt gehts Fenster wieder auf wäre das alles obsidian geworden aber ein Höllenportal benötige ich jetzt noch nicht das ist schon Hölle genug hier mit Lava zu kämpfen aber nun gut ich habe mir jetzt so viel Mühe gemacht um plus 2 Redstone rauszuholen das glaube ich nicht das geht da hinten nein dahinten hört es auf ja da legen wir das bisschen hier noch trocken sag ich mal und dann wird es das auch für diese Folge gewesen sein in der nächsten Minecraft Folge kann doch nicht sagen ob die nächste gleich wirklich also das nächste Video wirklich gleich Minecraft wird aber ich nehme es doch mal an denn ich habe wirklich gerade wie bereits schon erwähnt Lust drauf dann noch eine Folge aufzunehmen werden wir auf jeden Fall noch die restlichen Erze rausholen vielleicht nochmal Diamanten finden das wäre schön und dann irgendwann sollten wir uns auch mal auf eine Behausung festlegen die wir doch irgendwo noch errichten müssten schade es sieht nicht nach Diamanten aus Ebene 10 also abwegig wäre es jetzt nicht gewesen aber ich sage ja es scheint nicht so zu sein wie es sein müsste könnte hätte sollen dürfen nicht müssen dürfen nein das lassen wir jetzt so ansonsten spawnen wir wieder die nächsten Zombies und alles das ist dann auch blöd gut dann würde ich sagen das war es von dieser Folge wir müssen hier dann weiter erkunden vielleicht bauen wir doch noch die Kohle dann ab ok mal sehen lassen wir uns überraschen wir sehen uns im nächsten Video bis dann